Also und das nächste, also demnächst wird es noch ein paar Videos geben und die werden sozusagen heißen Krebs aus Sicht der TCM, Diabetes aus Sicht der TCM, Cellulite aus Sicht der TCM, Kopfschmerz oder chronischer Kopfschmerz aus Sicht der TCM und so weiter. Und ich werde diese Videos machen, damit ihr wisst, dass viele unserer Gesellschaftskrankheiten tatsächlich mit unserem Lebensstil, mit unserer Ernährung zu tun haben und dass es eigentlich nicht viel braucht, um diese Dinge auszugleichen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, mich hat es einfach interessiert oder ab und zu kamen solche Sachen vor, wie zum Beispiel, ah okay, irgendein Mädel oder eine Freundin hat Cellulite, dann guckt man Cellulite aus Sicht der TCM. Und da steht dann dran, ja, da wird einfach zu viel Feuchtigkeit in eurem Körper gespeichert. Das hat damit zu tun, Blut und Lymphe können nicht richtig durchbluten und ein bisschen warme und gesunde Nahrung und auch emotional ein bisschen abschalten könnten das wieder glatt machen. Und ich dachte, okay, macht Sinn oder zum Beispiel, Diabetes aus Sicht der TCM war zu wenig Bewegung, zu kalte Speisen, zu viel Süßes und hat dann Sinn gemacht. Und tatsächlich sagt die TCM oder redet die TCM auch immer davon, dass sie, also die traditionelle chemische Medizin, dass auch Heilung möglich ist oder Rekonvaleszenz, also dass man auch wieder zurück in einen guten, in eine gute Balance kommen kann, in ein gutes Ökosystem. Und ich fand dann, ich dachte, ja gut, dann gucken wir mal, was sagt es denn über Krebs? Und Krebs war immer so, Krebs aus Sicht der traditionellen chemischen Medizin ist ganz klar. Die Leber ist überlastet mit Toxinen, was auch immer, welche Toxine denn da auch sein können. Und meistens dann von der überlasteten Leber geht es dann in andere Organe. Aber ja, wie gesagt, ich gucke, dass dann diese Videos so ungefähr in 5 Minuten Größe sozusagen da liegen. Das für ein Fall, dass jemand das irgendwann mal googeln sollte oder youtuben sollte, dann findet. Und von da werde ich dann auch die Verlinkungen weiterleiten. Ich finde es deswegen so wichtig, weil ich glaube, dass die meisten Sachen sich wirklich vermeiden lassen mit dreimal am Tag moderat essen, gesund essen, dass man ein bisschen einen gesunden Lebensstil pflegt, dass da alles dabei ist. Und ich weiß nicht, wie man die Dinge versteht, dann weiß man auch, was man dagegen tun kann oder wie sie entstehen. Und ja, da möchte ich eben Abhilfe schaffen und ein bisschen entmystifizieren, weil ich glaube, dass wir in dieser Welt sehr viel auf Symptome gucken und Symptome behandeln, ohne die Ursachen zu erkennen. Einmal habe ich mit einem Mädel gesprochen, die hat bei der AOK gearbeitet. Da meinte sie, ja, aber was soll denn dann das beste Mittel sein? Prävention. Und ich habe dann gesagt, ja, wahrscheinlich schon oder zumindest, wenn man dann was hat, dass man auch weiß, wo man da sozusagen die, wo man ansetzt. Und wie gesagt, wenn ich zum Beispiel sowas angucke, also Krebs ist jetzt nicht das Gleiche, aber vielleicht verwandt, also aber durchaus in der einfach größeren Skala. Aber wenn ihr zum Beispiel so anguckt mit Hämorrhoiden oder Neurodermitis, das hat sich bei mir komplett alles geheilt durch eigentlich simple Dinge, durch Ernährung, durch ein bisschen wärmer essen, gesünder essen und erkennen, was einfach gut ist und was nicht gut ist. Und dazu braucht es wirklich nicht viel. Und unsere Gesellschaft bietet einfach so viele dumme Dinge an und mystifiziert und verkauft euch dann eben viele Pharma-Produkte, die eigentlich gar nicht die Ursache beheben. Und deswegen mache ich diese Videos in der Hoffnung, euch ein Stück weit eure Freiheit und eure Macht wieder zurückzugeben, dass ihr gesund und stark diese wunderschöne Welt genießen könnt. Schaut euch das mal an. Wunderschön. Also, bis bald.